Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Rainbow Six Siege. Ich habe meine Klasse nicht ausgewählt, weil ich es einfach mal vergessen habe, aber wir spielen wieder gegen das gleiche Team, wie auch aus der letzten Runde, gegen ein paar Zuschauer. Das war mein Tod, ja gut, dass die Leute so aggressiv sind, ne? Das war mein Tod mit drei Ausrufezeichen, Alter. Das ist krass, ne? Ja, gut. Aber gut. Ja, alles klar. Okay, Jungs, dann wollen wir mal sagen, ich meine, wir sind ja jetzt eh eine Runde voraus, ne? Also ganz ehrlich, die müssen jetzt kommen, ne? Also ganz ehrlich, auf uns lastet der Druck jetzt nicht, Leute, ne? So ist es halt. Ja. Ja, wisst ihr wahrscheinlich. Genau. Außer auf uns des Penis. Ja. Erstmal Druck in der Luft. Der platzt gleich vor heute. Okay, Jungs, go. Auf geht's. Reign and Man, oder? Auf geht's. Boah, auf jeden Fall letzte Folge, ey. Ohne Scheiß, eine unfassbar krasse Folge gegen unser Erzfeind. Das war nice, ey. Ja, Erzfeind. Okay, oh, Erzfeind. Mal extra Tippen auf Thumbnail, damit ihr da draufklickt, ey. Ja. Du kannst ein Selfie machen, Tobi. Du musst auch extrem in den Titel schreiben. Klingt von 500, oder? Wo wurde geballert gerade, Leute? Ähm, im Flur hier. Bronzer, Alter. Hä? Hä? Boah, Alter. Also das Arbeitsamt kurz runtergeschraubt, ey. Hä, wo sind die denn jetzt? Scheiße, Mann. Wir sind im, 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 äh, Zollamt. Da war auf jeden Fall einer. Hä? Hä? Haben die aber auf jeden Fall im linken Gebäude. Ich, kenne mich einfach hier nicht aus, in dieser, dieser Map. Da sind sie nicht mehr, im anderen, auf der anderen Seite. Ich will gar nicht mehr, wie man hier wieder rauskommt. Also im Zollamt war ein Typ. Hm. Aber fasst jetzt auf, dass die nicht wieder am Fenster oder so sitzen. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Die sind jetzt sauer. Die sind jetzt, die wollen es jetzt wissen. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Also hier in dem Gebäude sind die. Ja, das sind die gleichen in der letzten Folge. Könnt ihr euch unter diesem Video bei den Jungs und bei mir in der Playlist angucken. Einfach reinschauen oder seht ihr das? Also wirklich eine extrem krasse Folge. So, beide Kameras sind down. Wo sind die Curry? In dem Gebäude sind die hier. Ich weiß noch nicht welche Etage. Hm. Ich geh mal hoch. Fahrt mal lieber mit euren Kameras. Ja, ja. Ich geh mal gucken. Warte mal. Ich fahr mit der Kamera rein. Hier ist ein Störsender auf jeden Fall. Ist sehr gut, okay. Bei mir ist ein Eingang. Da könnten wir reingehen auf jeden Fall. Ja, hier ist auch ein Eingang. Hier, genau hier oben am Dach. Ja. Siehst du irgendwas? Nee. Hier ist ein Störsender. Geh hoch. Ja, im Kälte ist aber... Hä? Was piepst da? Was ist das? Ich spreng mal ein Fenster so. Ich hab gar kein Schild heute. Nee, ich hab die Klasse vergessen. Ach, ja, ja. Du bist Rekrut. Stimmt. Okay, hier ist der Raum. Da ist gesaved. Ja, ja. Wo ist der Raum? Hier. Oder sowas? Okay. Nein. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Wer war das? Was war das? War da jemand? Nee, ja. Keine Ahnung. War das die Explosion? Wer hat da gerade mit... Hat gerade jemand mit einem Falldeffer geschossen? Ja. Ja, hat da gerade jemand geschossen von euch? Nee, ne? Ich hab nur... Ich hab nur was gesprengt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Und ich sehe die Leute gerade vor mir, äh, lang zittern. Boah, hab ich mich erschrocken. Ja, einer liegt da in der Ecke. Ist das jemand unter der Treppe, oder was? Ich hab ihn. Hier liegen da alle in den Räumen, in den Raum verteilt quasi. Okay. Okay, ganz vorsichtig. Wir springen jetzt einfach überall. Oh, was, 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 was? Du hast einen Loch, du Schlampe, ne? Boah! Aua! Alter! Alter, was macht ihr hier? Du bist mir voll ins Gesicht gehst. Leute, lass... Lass jetzt mal überlegen. Lass mal überlegen, wo wir jetzt sprengen überall. Hat der mich erschrocken, der Junge. Ja, ich hab mich auch erschrocken. Hallo, wo sollen wir springen? Ja, wir müssen überall sprengen. Das Problem ist, die können aber nicht überall springen. Die fallen durch die Türen durch, ne? Genau, mach auf deinen Laden, naja. Ja, es geht nicht. Die schießen durch die Tür. Seid ihr bereit? Ja, warte. Spreng da und dann kommt man... Brauchst du hier auch noch ein Loch rein, Patrick. Bei uns, komm. Weck. Gau, gau. Tobi und Dennis safen da. Okay, ich hab auch noch zwei Granaten. Okay, drei, zwei, eins. Bons, pass auf, Alter. Rein da. Fuck. Ach, das ist jetzt nicht dein Ernst, Alter. Das kann doch nicht sein, ey. Was denn? Du bist genau in meine Badgranate reingerannt. Ja, ich hab Scheiße gebaut gerade. Ich hab... Weiß, Dennis? Scheiße gesprengt. Seid ruhig, seid ruhig. Ich blende es raus. Hier müsste rechts einer noch sitzen. Ja? Geradeaus, geradeaus durch. Ja, ich hab's gesehen. Okay, mach mal. Mach weiter. Ja. Ach, 57 Sekunden. Ja, go. Rechts denn, es ist nur einer, ne? Ganz geradeaus durch. Genau da. Ach, fuck, Alter. Ja, ach, da hin, ey. Scheiße, hast recht, ja. Sind alle tot? Hohin die, hol ihn die, der ist da. Sorry. Hey, hier ist gar keiner, Alter. Da ist doch einer. 3 gegen 2. Und einer ist fast tot. Warte, der ist rechts, äh... Soll ich dir rechts rumgehst? Fuck you, man. Soll ich wenn du rechts rumgehst, ist der. Direkt rechts. Soll ich hier, wenn ich da rumgehe, oder was? Nee, äh, äh, andersrum. Junge ist 6, 20, 20, 20, 20, 20. Rechts, 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 rechts. Rechts, 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 rechts. Nein! Ich wollte gerade, ich hab wirklich gerade gedrückt. Komm, Karriki! Komm! Nice, der lebt aber noch. Hey, warum hab ich denn auf Einzelfire, Alter? 10 Sekunden. Auf Einzelfire, ey. Scheiß, Rekruten-Klasse, ey. Äh, vergiss es. Es bleiben noch 5 Sekunden. Uuaah! Okay, haben wir verkackt. Ich hab das hier so dumm gesprengt. Die Map ist doch einfach scheiße. Ja, die, ich find die auch echt kacke, doch. Das ist die blödste Map, die es hier gibt. Das kann doch nicht sein, dass wir das immer auf die Map schieben, Alter. Warum? Ja, die werden wir wohl nie kriegen, hier zu verteidigen und anzuhalten. Ja, aber das ist wirklich die Map. Wegen den zwei Gebäuden, weißt du? Das ist das Problem hier. Ich komm da einmal durcheinander. Ich weiß nie, wo, wo sind die jetzt? Hey, was? Serverraum, oder was sagt er? Nehmen wir mal die Westen. Oder soll ich nehmen? Mach du. Ja, nimm du. Okay, ich hab die. Oh, wir haben einen Dock. Das ist gut. Hatten wir lang nicht mehr. Ich hab immer Dock genommen. Na echt? Na klar. Letzt Mal hab ich auch so den Tobi erschossen. Weil ich dachte, ich hätte die Pistole ausgerüstet. Die hatte ich auch ausgerüstet, aber irgendwie hat das zurückgeswitcht. Das kann man alles sehen. Mann, 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 Mann. Okay Jungs, alles cool. Alles cool. So, jetzt aber gewinnen. Weiter geht's. Okay, Ladies and Gentlemen, let's go. Alles easy. Okay, das ist der Serverraum. Achso, Westen, kommt her, holt euch erstmal die Westen alle. Wobei, das mag ich's zum Verteidigen. Das ist gut eigentlich. Ja, das ist gut. Ihr macht keine Türen zu, ich mach das gleich, ne? Zack. Du kannst aber auch Fenster zu machen, ne? Ja, ich weiß. Die Frage ist... Es sind so viele Fenster, das ist eigentlich egal. Ja, ich entscheide immer. Je nach Raum. Wo soll ich jetzt muten? Ja. Ben, dann müssen wir uns zusammentun. Zack. Hier, die Räume hier kannst du muten, die hier. Drohne. Ah, fuck. Scheiße. Also Patrick, mein Tipp wär, du würdest mal mute zum Beispiel auf der Treppe immer funktionieren. Hä? Ja, hab ich ja. Guck mal, hier ist schon wieder scheiße, weil hier können wir hoch haben. Sechs Sekunden, Leute. Warum ist das scheiße? Hä? Ich kann nicht schießen. Dann springt er rüber und fertig. Das bringt nichts. Alter, mega leck bei mir. Habt ihr alles, dass ich meinen, Patrick? Ja. Dann müssen wir mal hier hinlegen. Hier, auf der Treppe. Es geht los, ne? Es geht los. Ja, jetzt ist es so egal, aber das ist ja nicht nur für die Drohnen. Das ist ja auch hier, um die Wände nicht zu sprengen, kein Fuse anzusetzen und so. Ja, aber ich meine, wenn du einer außerhalb platziert, dann mach's lieber so. Na ja. Sollen wir hier zu machen? Also ich hab da Treppenhaus. Ich mach jetzt hier zu. Ja, körig ist schon ab. Ich glaub ich hier. Ich glaub ich bleib hier. Ich bleib im Treppenhaus. Dacht ihr, wenn da einer hochkommt oder so, dann bin ich schleck und block dich quasi. Hey Leute. Schreibe dann, ähm, lauf da einfach schreit hier rein. Okay. Soll ich jetzt zu machen? Ja, mach zu. Ja, ja, ist gut. Haben die die Kreisel? Äh, den Raum? Ich glaube nicht, oder? Doch, doch, doch. Die haben den Raum. Die waren eben mit der Drohne hier drin. Ja, ja, klar. Okay. Stimmt. Probieren wir nicht haben die Treppe. Jo. Jetzt ruhig. Ich mach mal Kamera schnell, Tobi, ja? Oh, der ist bei dir, der ist bei dir, der ist bei dir. Gesprengt. Fenster. Oh, ganz schön. Wo ist bei mir im Fenster? Äh, links von dir. So, okay, okay. Boah, hier ist auch ein Fenster gesprengt worden. Gefuse bei uns, Tobi. Oh, passt da auf, passt da auf. Uh, das war knapp. Gut, dass die... Ja, der kommt rein, Tobi. Okay, noch einmal. Ganz kurz, ganz kurz, kurz ruhig. Okay. Nein! Von wo? Hä? Hä? Ne, Treppe sieht gut aus. Wie das denn? Ruhig, 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 ruhig. Ruhig, 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 ruhig. Ruhig, Patrick, du bist tot. Ruhig, Patrick, sag mal ruhig bitte. Durch ne Wand, oder was? Wir sind links von mir, Tobi. Alle haben Fenster. Ja, ja. Oh, ich hab ihn noch betroffen, Mann. Nicht Risky, äh, Risky, Mann, Tobi. Der muss, der kommt bestimmt rein. Oh, ich... Boah, ich hab Sitzfleisch, ey. Achtung, Flash. Weißte. Weißte, die Kamera. Sorry, bist du noch hinter mir, ja, ne? Ja, ja, ich hab... Ich gucke auch auf die Fenster. Hier ist einer. Es sind mehrere. Zwei, würde ich sagen. Hier sind zwei. Ist ein Granat oder was hat er reingeschmissen? Wir wissen nicht, dass wir hier sitzen. Das ist gut. Ja. Keine Geräusche, Mann, Tobi. Kamera. Das war ich da. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie Dennis immer aus der Hüfte zielt. Gewohnheit. Ganz ruhig. Nein. Oh, fuck. Tobi, schieß! Ah, ihr habt natürlich jetzt immer zugemacht. Das ist scheiße, Alter. Hast du, Tobi? Wir 2-2, pscht, 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 pscht. Ne, Dennis ist tot. Lass. Ah, okay, okay, okay. Alles gut. Nur noch ein Gegner übrig. Sehr gut. Einer ist da noch. Ich würde es nicht wundern, wenn das Trepp noch rauskommt. Selbst bei mir hier, Tobi. Bei dir? Okay. Okay. Jawoll. Boah, krass, dass ihr das noch hinbekommen habt. Sauber, Jungs. Respekt. Eins, eins, ey. Schön. Boah, ich hab den gar nicht gesehen, Alter. Sehr gut. Nice to be, Alter. Mega nice, ey. Der zweite, die Granate, ich hätte weg, aber ich hätte nicht weggekonnt, weil das Problem ist, dass der, ähm. Ey, was denn? Der Bronz. Ey, was macht der? Was er geschrieben hat. Was hat er denn geschrieben? Geht auf den Nation D und lass den Krumm wieder. So. Kann ich mach mal den hier? Logisch. Okay, was haben wir jetzt? Äh, was machen wir? Wie groß haben wir schon? Mach ich mal Termite, oder was? Ja, kannst du machen. Aber wie hat er mich denn eben bekommen? Ich war in diesem Zwischenraum, da waren keine Fenster und nichts. Benutzt du eigentlich die Schrot, Dennis? Von dem? Äh, ja, ab und zu. Aber wie hat er mich denn eben bekommen? Okay. Aber die ist nicht so gut. Den Bio-Gefahrgussbehälter du kannst. Der versucht's mit allen Mitteln, oder? Sag mal, übermorgen. Hammer. Warte mal ruhig. Irgendwann links. Und, ne Brotshaus kann das? Also ich bin im Keller, oder schnicks? Keller ist alles ruhig, ja. Ja. Okay, dann sind die, dann sind die oben, glaube ich ganz oben. Ich glaube, die haben sie sehr im Raum, wie wir gerade genommen. Ja. Warum bin ich ganz woanders? Das ist der Serverraum oben, ne? Oh, Paffel! Ich hasse, ich bin immer im falschen Gebäude, ne? Ich kenne da, aber ich bin hier auf der Map. Das geht mir auch so. Ich hab letztes Jahr noch sneaky, super einheitlich gemacht, in meinem ganz anderen Haus, wo gar nichts los war. Geil. Das ist der Serverraum, den kennen wir noch von gerade. So. Wo ist der? Ich hab gerade nie noch gestartet. Der ist oben, da ist auch schon gesaved. Okay. Geil, Curry. Schön mit der AK hier, endlich mal Fuse. Fuse. AK. Ich könnte jetzt auf das Gebäude gehen, da könnte jemand rechts das Fenster sprengen, da könnte ich dann rein schießen mit der Sniper, das wäre eigentlich nice. Oh, Curry. Welches? Das Fenster hier, ne? Das hier, oder? Oder welches? Ja, da gegenüber das Gebäude. Ach, hier drüben ist gesaved, Alter. Wir machen dann da die Fenster auf, hier. Und dann kann Curry da von da hinten reinziehen. Ich geh, warte, ich geh. Lass mal rein fusen. Ich will mal rein fusen. Aber du kannst das nicht auch, Mann, das Fenster. Warte mal. Geh weg da, Patrick. Ach, stimmt. Nenn mich da auf der Seite, hier auf der... Hä? Wie das aussieht. Ja. Aber Patrick, da sind noch Fenster. Benutz die hier. Guck mal. Naja. Schnell, schnell, schnell. Ja, ich muss erst mal hoch. Alter. Geh doch von unten einfach. Nice. Nein. Die Kuhlen kommen von oben. Genau, Patrick, genau da. Soll ich... Oh, oh. Drei, zwei, eins. Warte, Dennis. Ich hab ne Sniper. Wo ist der? Der ist direkt durch, Chloe. Direkt hier. Hast du? Jo, Mann, ich hab ihn. Nice, nice, nice. Das war nice. Soll ich noch einen machen? Soll noch einer? Dennis. Da müsste noch einer sein. Nein! Ah, der hat mich gesehen! Scheiße! Der ist auch links in dem Raum. Ah, ich war abgedeckt. Nein! Mann! Ich hasse dieses Spiel. Kann das denn sein, dass ihr beide holt auf einmal? Ach, Mann! Immer so kurz unkonzentriert. Was hat er denn gemacht, Patrick? Ich hab durchs Fenster geguckt. Geh ruhig ruhig. Was? Huch! Rechts. Rechts, Bronzel. In dem Raum da. Ja. Hier, ne? Ja. Weiß nicht, ob da aber noch einer drin ist. Wo? Ah, fuck! Da ist er! Da ist ein Schalldämpfer drauf, Alter. Jo, Mann! Ja, schade. Scheiße, Alter. Ohne Witz. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Der kann nicht weg. Der ist da in dem Raum. Da ist er. Der grabt da durch rechts in der Ecke. Der grabt da durch die Wand. Wunder, Alter. Voll aggressiv. Der ist rechts in der Ecke. Ich glaub, der wird aber jetzt geholt. Da! Boah, Alter, ey. Die Waffe, ey. Boah, Alter. Nein. Schade. Das kann doch nicht sein, Alter. Ey, ohne Scheiß, Mann. Ey, der lag voll rum, ne? Oder ist das Ben wieder? Was hat denn die für einen Rückzug, die Waffe, Alter? Die ist Ben, komm! Ich kann nicht schießen mit der. Der zieht runter. Runter zielen. Runter zielen. Das ist doch getroffen. Alter! Tötet bitte! Der hat einen Schalldäpper drauf. Das macht so immens weniger Schaden. Ah, okay. Ich muss meinen auch mal runter machen. Nice! Die Waffe verzieht auch einfach krass, ne? Das ist halt echt... Geh woanders hin. Ja, geh woanders. Position wechseln. Geh mal nachladen, genau. Ja, das bringt jetzt relativ wenig. Die kommen da eh raus. Ich halt einfach mal drauf hier. Da ist einer. Runter zielen. Zieh ein bisschen drunter, Ben. Runter zielen, als das... Ich dachte, von rechts wird gleich einer kommen. Ja. Ja, ja. Hier, oder was? Es sind drei Leute. Ne, nicht vor... Sag mal nach. Ja, das hört er dann. Ja, der hört das sowieso... Ja, der muss auf jeden Fall durch diesen Raum gleich jetzt. 20 Sekunden. Ja, ich meine Rambo, Alter. Nein! Ja! Die Schö... Ah, fast. Du hättest den fast bekommen. Schade! Lag der schon? Warum hast du die denn genommen überhaupt? Hast du da auf der Waffe einen Griff dran? Naja. Boah, was ist das für eine Waffe, ey? Ey, die macht halt... Die macht halt so weniger Schaden, ne? Du hättest locker schon zwei, drei Headshot verpasst, ne? Ja. Das stimmt. Hm. Alter. Ja, gut. Das ist auch nicht so meine Klasse. Richtig. Das ist nämlich meine. Was sind wir? Aber ganz ehrlich, guck dir mal deren Level an, Alter. Ja, die haben Level 76, weißt du? Hä, woran siehst du das? Einfach auf den Namen. Ja, ja. Dass die da mit uns ebenbürtig sind, das ist aber schon geil, ne? Aber die haben nur 7. Wichtig. Wir brauchen wieder Westen, Leute, oder? Soll ich Westen nehmen? Soll ich gut? Ja, lass mal Westen nehmen. Ja, nehm ich gut. Dennis, du brauchst diese Klasse nicht jetzt. Die brauchen wir nicht. Die Schwachsinn. Ja, Westen ist doch sowieso schon bewegen. Ich hab, ich hab. Ja. Ja, Frost ist echt unnötig irgendwie, finde ich auch. Och ja, ey. Okay, Westen. Ich finde die Waffen von dem aber mega gut. Ja. Find ich auch gut. Die Waffe ist... Oh, ciao. Hau. Hau rein. Das kann auch sein, dass er rausgeflogen ist, ne? Man muss ja... Hä? Achso, ich dachte wir jetzt auch noch was sehen. Voll die blöde Schwuchtel, Mann. Tobi, du sollst das nicht immer sagen, haben die Leute geschrieben. Okay, warte mal. Warte mal, dann machen wir... Dann kann ich hier hin. Ja, genau. Okay, dann mach ich hier ein Loch in die Wand. Außer du meinst das nicht so. Ja, Mann. Ich hab gar nichts mit Schwule, ey. Ich zapp noch mit Curry und Trotze, ey. So, zack. Hier ist meine Pose jetzt gleich. Ich sehe eine wahre Begebenheit. Der, äh, Ben wurde schon mehrmals gefragt, weil Curry und Ben ja eine WG machen wollen. Ob die beiden, äh... Fünf Sekunden. Fünf Sekunden. Das wird nicht wahr. Die haben, das hat die Wohnung nicht gekriegt. Ne, dann ist das meine Ecke. Ja, das ist echt so, ey. Das ist sehr diskriminierend. Ihr Immobilienmakler da draußen. Ihr bösen kleinen Stabiner. Alles klar, safen. Upgate. Ich glaub, das wird wie eine 3-3-Runde. Nein, wir machen das jetzt, Mann. Wir gewinnen doch jetzt. Alright. Ganz ruhig. Wir haben natürlich jetzt einen Vorteil. Ganz ruhig. Hä? Ben, ist das dein Ernst, Alter? Hä? Was denn? Du sperrst mich hier in diesem Raum ein. Ja. Ist mir egal. Du wirst nicht mal einen Mann aber hier draußen haben. Ja, ich kann halt nicht weg, wenn die jetzt hier reinkommen, ne? Nein, sag's dir auch nicht. Eben. Ich kann dir auch einreißen, Curry, wie du willst. Das wär sehr schön. Danke. Sorry. Debs über mir. Pass auf, Ben, ne? Ich mach das immer so, Rambo oder alles. Alles, alles. Naja, klar. Ich stehe da vor einmal einmal vor der Tür. Hä? Okay. Was war das denn gerade? So ist geil. Hey, Bonzebirt, was machst du denn da? Jo, ich decke... Ich bin ja noch zu rein, ne? Da hab ich hingeschissen, Mann. Robi, pass auf, hier links kommen gleich welche. Oh, easy. Hey, da ist ein Loch. Guckt da jemand durch? Ja. Uh, Curry. Wenn du das Loch hier meinst, dann ja. Ne, ne, ne. Ich bin ja auch. Ben läuft bei dir. Genau ist alles gut bei uns. Ach, scheiße, ey. Wo ist da die Elten? Nice, Patrick. Nice, Patrick. Fertig, Petsen. Nice. Feier ist da noch, ey, Leute. Hier ist sauber. Für mich ist auch alles ruhig. Guck mal, Kameras, Patrick. Okay. Die ist ja gut sauber, die Seile, Alter. Fuck. Hier, Leute, hier ist der Letzte. Der hat nicht mehr viel. Lauf da. Hut euch. Scheiße, den hab ich gar nicht richtig gecheckt, Alter. Der hat nicht mehr viel. Das war meine Schuld. Kevin, hol dir den. Wo ist er denn? Der hat nicht mehr als die Hälfte. Nice. Sehr, 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 sehr gut. Wir müssen ja echt mal ein anderes Visier für die Waffe nehmen. Die kamen alle von der selben Seite. Das kann ich echt nur empfehlen. Das ist echt nice. Eigentlich für... Das ist nicht zu... Das zoomt nicht zu weit dran, ist aber gut genug, weißt du? Ja, aber das zieht auch nicht so das Gewehr, was du da hast, ne? Was denn das? Ja, das Gewehr, das kannst du ja eh nicht switchen, ne? Das ist halt das Problem. Ich hab mich echt an meine Klasse extrem gewöhnt. Ich mag das nicht mehr, irgendwie andere Klassen anzuspielen. Ja, deine Klasse vom Fuse, Alter, die Waffe, die verzieht ja mega, Alter. Von Termite war das bei mir. Oder Termite. Aber mit der spiele ich immer. Aber da gibt es ja auch zwei, oder? Die du da auswählen kannst. Welche hast du denn da? Keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich hatte aber die andere als Ben, aber damit kann ich super spielen. Kann ich dann mal den Blitz sehen. Ich waffe auch gut, das ist die von Ash, tatsächlich, finde ich. Ja, die ist auch nice, die verzieht auch überhaupt nicht. Ja. Also wenn du die halt upgradest. Die macht auch viel Schaden und so, ne? Über 40, ey. Die ist ganz schick, ey. Go, Jungs! Falsche Gebäude, bestimmt wieder. Ja, oder? Okay, ich fahr ins Zeugebäude, rechts. Ich fahr Patrick hinterher. Ja, super, das würde ich nicht machen. Ich hab keine Ahnung, wo ich... Ah, guck mal hier. Ja, ich auch nicht. Nice! Nice! Oben? Was ist da denn los? Ein Windstarter oder was? Ja. Ich hab ja genug Zeit. Heiße Roboterliebe, Alter. Hier oben, Tobi. Die haben einen, die am besten, ne? Da wird die Treppe hoch. Denkt dann, die haben auf jeden Fall mehr, äh, leben. Tobi, einfach die Treppe hoch. Hallo, Tobi. Warte, komm hier in die Mülltonne mit mir. Nein. Fünf Sekunden. Sorry. Ist das Serverraum oder was? Ne, das ist Karten-Dings, ne? Ja. Noch fünf Sekunden. Noch fünf Sekunden. Noch fünf Sekunden. Okay. Fünf Minuten, Terry. Von Maggi, ne gute Idee. Genau, Produktplatzierung. Ja, ich krieg von Maggi, ähm, Geld. Ne, der wird was machen, ey. Das, das wär, das wär sinnvoll. Für Essen würd ich, ähm, also, mit. Oh, oder n' Döner jetzt, ey. Mit Maggi? Einen kriegen wir ja noch, ne? So n' Maggi-Döner. Machen wir mal Live-Unboxing in Tobis Kammer, ey. Vom Döner. Boah, wie das denn hier riecht n' Döner, Alter? Nice, ey. Krieg ich von Hunneis gerade noch. Oh! Okay, los, ab geht's. Wir kommen, Döner, Alter. Tobi, warst du das? War das vorsätzlich? Ich war ja auch. Dennis, ich unterstütze dich mal ein bisschen, ne? Ich dringe ein. Mhm. Wo hab ich hier, warte mal. Pass auf, ne, da ist jemand drin, glaub ich. Tobi dringt ein. Nice, Tobi. Da war jemand drin. Den Stuten, Andi. Hey. Der hab ich gef... Gesch... Ah, ich fühle mich, wurde gesprengt. Warte, geh ich jetzt nicht rein. Bam. Ich spreng hier mal, ne? Currywurstel. Jawoll. Ey, ganz ruhig Kollege da drin mal. Auch du wirst noch sterben. Keine Ahnung. Warte, kannst du hier auch einmal sprengen? Ich bin... Hinter dir, hier oder rechts? Machen wir hier. Wo war der, Tobi? Rechts liegt er da irgendwo unten. Also, wenn du dir die Tür reingehst, da wo ich war, und dann rechts... Wo bist du, oder? Genau, Patrick. Dann gehen wir zurück in deine Wand. Okay, dann mach mal. Jo, hier links, links. Die Tür rein. Und dann liegt er da... Links unter dem Regal irgendwo. Du kriegst ihn aber so schwer. Hast du eine Granate oder so? Nee. Du erbaut. Ja, okay. Geh, okay. Geh, okay. Geh, rein. Geh, rein. Ja, go, komm. Wollen sie nicht da reingehen? Der schießt dich ab. Ich hab bei mir Giftgas. Ich kann nix machen gerade. Ja, weg Dennis. Geh zurück, geh zurück. Dennis. Ja, okay. Wie er da langläuft wie so eine Spille, alter. Nochmal Giftgas, ich kann nix machen. Ich kann nix sehen. Das ist die Scheiße, Mann. Ja, das... Nochmal folgendes. Nice. Ich fahr mal mit der Kamera einmal rein. Wie viel Giftgas haben die denn? Drei Mal? Drei Stück. Drei Stück. Dann war's das jetzt aber. Wo sind die beiden? Einer steht hier links, glaub ich, Dennis, ne? Die Jungs beendet fortfahren, soweit die Bedrohung neutralisiert ist. Ich hab' das behält euch, ne? Ach fuck, der ist rechts, ich hab' ihm viel abgezogen. Der hat nicht mehr viel. Nice. Fuck, ey. Gut, Dennis. Sauber, Jungs. Sauber. Rennation räumt richtig auf. Ach, komm, mach jetzt. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Das war schön, dass wir wieder von allen Dürren da reingaben, ne? Haben wir mal Hallo gesagt, ganz kurz, ne? Eben angeklopft. Matchball. Curry. Weiter geht's, meine... Krass, 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 krass. Ja, klar. Ich würd mal gern wissen, warum ist denn der rausgeflogen? Hä? Weiß ja eigentlich auch nicht immer was, ne? Curry spielt ja auch für zwei meistens uns. Das stimmt. Sind gar nicht. Für drei. Macht euch mal nicht immer so schlecht, Alter. Was ist denn los mit euch? Ja, ich bin der beste Mann. Wie oft wie ich das Wort fickt heute schon gelesen hab. Wollen wir mal Kartenbüro? Okay. Da ist noch ein Niveau hier, ey. Habt euch doch mal lieb. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen die Wichse-Wichse machen. Jaaah. Lieb'ne tolle Nackt, ey. Boah, das war Zufall, ne? Bei meiner FPS grade, ne? Jo Besten, danke Dennis. Jo, nehmt euch Benito! Ich zieh' mir da wieder eine andere Falle aus! Einmal bitte, ich möcht' das hier weggucken, wenn ich mich jetzt umziehe. theirthe. Ok, ich save mal kurz oben. Der dobi tu... Was fettmanst! Jaja . Zwei Kameras. Zack. Ey Corrie! Wo sind denn die fette Treppe? einer hat noch keine Weste. Ey was! Ich hab' ich hab' Leer. Ey, ihr habt eine Kamera oder sonst? Leute, ich bin hier voll weggesperrt, Alter. Hast du, hast du, ne? Okay, Jungs, ruhig. Aber ich bin voll aufgeregt! Ruhig! Telekomputer, Mann! Den Globus zerstört, Mann. Die Welt gönnt mir allein. Ich kann auch noch was sichern, Mann. Geht nicht. Okay. Joa, ist gut so, ne? Wissen die, wo wir sind? Ne, ne? Weiß nicht. Doch, ich glaub hier war grad was drin, oder? Naja, die haben das erkannt. Kann das sein, dass da hier grad jemand Fuse gemacht hat? Hä? Ich hab einmal so einen dumpfen Zahn gehört. Ja, hab ich auch grad gehört. War ich. Ich hab mir ein Loch reingehauen. Ich hab gefurzt. Okay, das war eine EMP irgendwo. EMP. Ich glaub, die springen jetzt hier, ne? Ah, fuck! Fuck! Fuse! Okay, bloß Entdeckung, Alter. Alter, ich häng' fest! Oh, oh! Nein, Tobi! 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 Oh, scheiße! Hol' ihn euch! Hol' ihn euch! Nein, ich wollte Tobi retten! Ey, was ist da los? Am Fenster! Nein! Warum?! Patrick! Tobi, ich wollte dich retten! Ich bin losgelaufen! Aber du hattest Gutes im Sinne! Ja! Bist als guter Mann gestorben! Na gut! Und Bronzerbett lässt mich sterben! Mich auch, ey! Ich lag ja noch da! Alter, der ist da oben, Alter! Oh, Leute, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon mal abkacken hier! Ja, der sitzt auf dem Gebäude... Es ist mir egal! Ben, dann werf dein Messer nach ihm! Dennis, ich komm zu dir! Ja, wir müssen ja versuchen mal, Tobi! Komm mal her, komm mal her! Ich hoffe, ich passe hier durch, Alter! Komm her, Tobi! Fuck! Warte, ich rette dich, Tobi! Warte, warte, ich bin bei Dennis, sag gut! Nicht Risken machen, Tobi! Okay! Pass auf, der ist ja über! Ich weiß, dass er da sitzt, er hat grad auf mich geschossen! Gavin, er hat das voll im Griff! Aber der muss ja kommen, Curry, ne? Ja, lass es ruhig! Ja, äh, äh! Ne, ne, mach ich nicht! Ah, lass ruhig! Tür, pst, pst, pst! Boom, Squad! Ich glaube, über uns, Curry! Die Gegner sichern den Behälter! Oh, oh! Ihr müsst in den Raum rein! Ja! Zehn Sekunden! Fünf Sekunden! Oh! Fuck, Alter! Mann! Ach, Scheiße! Ja, ich bin drinnen, Alter! Ich bin doch drinnen! Das ging immer, Curry! Pass auf, du bist sofort tot! Geh weg da! Links, links ist er! Pst! Wo oben auf dem Dach auch einer gegenüber! Pass auf! Ja! Ja, genau, da, da muss er sein! Ich glaube, der ist nicht im Gang, ne? Boah, nice! Boah, und der andere hat das ein Problem! Der hält das unterbrochen! Die Feinde auszaubern! Da oben! Da oben! Ja, ne! Versteck dich lieber, Curry! Genau, genau, genau! Da kommt links, Curry! Links, links, links! Nein, das war ich! Das war Curry, ja! Genau, genau da bleiben! Seid ruhig! Fünfzehn Sekunden! Oh, Kameras! Zehn Sekunden übrig! Hey, ich seh nix! Komm, 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 komm! Kraft der nicht! Seid ruhig! Yes, Baby! Back and pass! Yes, Baby, Alter! Boah! Sauber, Jungs! Jetzt haben wir was Gutes gemacht! Da guck mal, ey! Ach guck mal, da hört man noch sein Seil aus, gehört! Der ist zu spät losgelaufen, Pech, ne? Jawoll! Sauber, Jungs! Yeah, yeah! Back and pass! Das war nur zu viert, aber da können wir ja nix für, ne? Das war ne neue Folge Rainbow Six Siege! Heute mal wieder ein bisschen in Überlänge, wie auch die letzte Folge! Die nächste Folge dann in Kürze bei uns auf den Kanälen! Und zwar übermorgen geht's weiter! Schaltet ein, liebe Leute! Danke fürs Zusehen! Und bis dahin, ihr kleinen Jigolos! Tschüss! 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 Tschüss!